Nachdenkseiten Die kritische Website Hemmungsloser Feindbildaufbau mit weitreichenden Folgen. Wahnsinn. Ein Artikel von Albrecht Müller Der Artikel wird mit einer Abbildung eröffnet. Zu sehen ist ein für den Düsseldorfer Rosenmontagszug vorbereiteter Wagen. Putin schiebt sich die Ukraine tief in den Schlund. Auf der Ukraine steht, er stickt dran. Was zurzeit bei uns an Meinungsmache über Russland abläuft, wird die Einstellung zum Verhältnis zu Russland für lange Zeit prägen. Wahrscheinlich für eine ganze Generation. Das haben wir alles schon einmal durchgemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hierzulande kräftig gegen die Sowjets aufgerüstet. Faktisch mit der sogenannten Wiederbewaffnung Deutschlands und mit dem NATO-Beitritt. Und geistig mit der Fortsetzung des Russenhasses, den unser Land schon vor der Nazizeit kannte. An dieser Stelle ist ein bekanntes und schon mehrmals wiedergegebenes Wahlplakat der CDU von 1953 abgebildet. Zu sehen sind bedrohlich dreinblickende Augen eines russischen Soldaten. Darunter steht, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Darum CDU. In diesem Geist wurden wir in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts im Geschichts- und Sozialkundeunterricht trainiert. Eine ganze Generation. Wir brauchten dann zehn Jahre mindestens, um von diesem Geist des Hasses und der Konfrontation wieder wegzukommen. 1969 gab es immerhin dann eine Mehrheit, die hinter dem Kernsatz der Regierungserklärung von Willy Brandt stand. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Vergleichen Sie diese Weisheit der damaligen Mehrheit in Deutschland einmal mit dem, was heute abgeht. Der Wagen des Düsseldorfer Karnevals ist von einem sogenannten Künstler gestaltet worden, so heißt es im Text. Dieser Künstler mit dem Namen Jacques Tilli hat den Geist der Zeit gut eingefangen, das muss man ihm lassen. Aber es ist ein grauenhafter Geist, der heute herrscht und nahezu alle Schlagzeilen und Berichte unserer tonangebenden Medien prägt. Außer den mit der Gegenbewegung der Entspannungspolitik eng verbundenen Politikern Willy Brandt und Egon Bahr war schon in den 50er Jahren ein anderer tätig. Gustav Heinemann. Er hatte, wie an anderer Stelle auf den Nachdenkseiten berichtet, schon 1950 versucht, unser Land aus der Konfrontation zwischen West und Ost herauszuhalten. Damit ist er zunächst gescheitert. Die von ihm zusammen mit anderen gegründeten Gesamtdeutsche Volkspartei, kurz GVP, scheiterte bei der Bundestagswahl 1953. Kein Wunder, der herrschende Geist war so, wie im Plakat der CDU sichtbar. Gustav Heinemann, Dieter Posser, Erhard Eppler und andere Aktive der GVP schlossen sich dann Mitte der 50er Jahre der SPD an. Für meinen Freundeskreis beim Studium Ende der 50er Jahre und Anfangs der 60er Jahre waren dann die Reden Gustav Heinemanns herausragende Zeugnisse einer vernünftigen, friedfertigen Politik. Wir verfolgten seine Reden damals oft gemeinsam am Radio. Auf eine der Reden aus dem Jahre 1958 und die gesamte Debatte im Deutschen Bundestag möchte ich Sie hinweisen. Die Auseinandersetzung von damals ist sehr ähnlich dem, was wir heute wieder bräuchten. Allerdings ist weit und breit kein Gustav Heinemann sichtbar. Insofern ist unsere Lage noch desolater, als sie damals in der Hochzeit des Kalten Krieges war. An dieser Stelle finden Sie eine Verlinkung der Bundestagsdebatte vom 23. Januar 1958. Die Rede Heinemanns beginnt ab Seite 401. In der Debatte kommt auch der Aufbau der Konfrontation ab 1950 zur Sprache. Insofern ist die damalige Debatte wirklich aktuell. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, schauen Sie rein. Übrigens ist die damalige Debatte auch für Leserinnen und Leser von Interesse, die in der DDR aufgewachsen sind. Sie zeigt, was von westlicher Seite zu ihren Lasten versäumt worden ist. Im damaligen Rausch der Konfrontation. Es gibt zur Debatte einen Artikel der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sternstunde des Deutschen Bundestages wird die Debatte genannt. Sie ist an dieser Stelle verlinkt. Der eigentliche Sinn und Zweck dieses kleinen Textes ist nicht die Rückerinnerung an frühere schlimme Zeiten. Ich will davor warnen, weiter in den Rausch der Konfrontation zu verfallen, die auch in den für den Rosenmontagszug in Düsseldorf vorgesehenen Wagen sichtbar wird. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit.